Wie würdest du die Fehlerkultur in deinem Unternehmen beschreiben? Sind Fehler okay oder sind selbst kleinste Versäumnisse eine Katastrophe? In diesem Video betrachten wir, warum Unternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie eine gesunde Fehlerkultur haben und woran eine gute Fehlerkultur zu erkennen ist. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Auf diesem Kanal geht es zu 100% um alle Themen, die mit Mitarbeiterführung zu tun haben. Wenn du Mitarbeiter führst, abonniere am besten gleich den Kanal. Wenn wir Michael Jordan, den großen und großartigen Basketballspieler, uns anschauen, dann hat er einmal gesagt, ich habe mehr als 9000 Mal daneben geworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal konnte ich durch den letzten Wurf den Sieg herbeiführen und habe daneben geworfen. Ich habe Fehler gemacht und Fehler gemacht und Fehler gemacht. Und das ist der Grund, warum ich erfolgreich bin. Nun, diese Aussage von Michael Jordan bringt ganz klar auf den Punkt, worum es letzten Endes geht. Er sagt nicht, mach Fehler, das spielt überhaupt keine Rolle. Nein, er sagt mit dem, was er über seine Karriere dann im Rückblick zusammenfassen kann, er sagt, Fehler machen gehört dazu. Wenn du dich nicht traust zu werfen, dann kannst du niemals einen Punkt erzielen. Und du musst dich trauen und darfst keine Angst davor haben, daneben zu werfen. Aber genau das ist ein großes Problem in vielen Unternehmen. Mitarbeiter sind verängstigt. Entweder, weil ihnen tatsächlich irgendwas angedroht wird, wenn sie auch nur die kleinsten Fehler machen. Vielleicht haben sie mal erlebt, dass irgendjemand eins über die Rübe gekriegt hat, also hoffentlich nur verbal, über die Rübe gekriegt hat, weil derjenige einen Fehler gemacht hat. Vielleicht hat jemand auch erlebt, Mitarbeiter auch erlebt, dass anderen Mitarbeitern Fehler untergeschoben wurden. Und die deswegen Riesenprobleme hatten, während vielleicht die Führungskraft, die die Fehler untergeschoben hat, weiterhin Karriere gemacht hat. Das sind Probleme, massive Probleme, wenn die Fehlerkultur nicht gesund ist und nicht funktioniert. Und Fehlerkultur bedeutet nicht, ich sage es nochmal explizit, bedeutet nicht, den Mitarbeiter zu sagen, mach alle Fehler, die du willst. Und wenn du Lust hast, dann mach den gleichen Fehler 50 Mal. Nein, das wäre dumm. Also es geht ja nicht um Dummheit, sondern um eine gute Fehlerkultur. Und das bedeutet eben, Fehler zu akzeptieren im bestimmten Rahmen und das Umfeld zu schaffen, dass wenn jemand Fehler macht, derjenige offen darüber spricht, damit umgeht, selber daraus lernt, aber auch andere daraus lernen. Zusammengefasst ist ganz klar, bei Unternehmen mit einer nicht gesunden Fehlerkultur, vielleicht einer Fehlerunkultur, haben Mitarbeiter Angst um Karriere, Existenz, haben Angst vor Mobbing, haben Angst, sich lächerlich zu machen, falsch zu liegen, aufzufallen, ausgegrenzt zu werden. Ich habe ein anderes Video, das am Ende dieses Videos verlinkt ist. Da geht es darum, wie kaputt dein Team ist. Da findest du auch einen Test verlinkt, mit dem du herausfinden kannst, wie gut steht es eigentlich um dein Team. Und da geht es auch um Fehlerkultur. Falls dir das Video bislang gefällt, dann drückt doch jetzt auf den Daumen nach oben und gebe mir positives, motivierendes Feedback. Nun, was ist das Resultat einer guten Fehlerkultur? Und was kann eine gute Fehlerkultur bewirken? Schauen wir uns das mal genau an. Erstens, Mitarbeiter trauen sich dann an Aufgaben und auch an Ziele heran, bei denen sie im Vorfeld nicht wissen, ob sie diese Ziele erreichen werden, ob sie diese Aufgabe meistern werden. Und weil sie sich ranwagen, weil sie sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus und wenn es schief geht, ist es auch nicht so schlimm, weil dann nicht gleich die Welt untergeht und wir gemeinsam dann auch davon lernen. Na ja, dadurch wachsen Mitarbeiter und lernen und werden besser. Und wenn die Fehlerkultur dann noch dafür sorgt, dass die Erkenntnisse auch geteilt werden, dann lernen alle davon. Zweiter Vorteil einer guten Fehlerkultur, die Mitarbeiter steigern die Leistungsfähigkeit. Und zwar sowohl die des Unternehmens, weil sie neue Dinge ausprobieren, weil sie das Unternehmen voranbringen, weil sie neue Dienstleistungen oder Produkte hervorbringen und vielleicht auch etwas rausfinden, was man gar nicht mehr machen muss und dadurch die Effizienz steigern. Auf der anderen Seite steigern sie natürlich auch ihre eigene Leistungsfähigkeit, weil sie neue Dinge ausprobieren. Das heißt auch wiederum nicht, immer wieder alles umzukrempeln und nichts kontinuierlich fortzuführen. Aber es bedeutet, wenn ich neue Chancen sehe, wenn es neue Möglichkeiten gibt, dann sich einfach mal da draufzusetzen. Innovationsgeist ist so ein Thema und ganz ehrlich, da krankt es vielen Unternehmen dran. Und ein Grund dafür ist zum Teil die nicht existierende gesunde Fehlerkultur. Dritter Vorteil einer guten Fehlerkultur, Mitarbeiter sprechen offen über Fehler. Und zwar zum einen, um zu sagen, da ist was schiefgegangen, Folgendes habe ich gemacht, um es zu reparieren. Oder vielleicht auch mal zu sagen, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Auf der anderen Seite sprechen sie offen über Fehler, um anderen auch zu zeigen, pass auf, das und das habe ich gemacht, aus dem und dem Grund ist es schiefgegangen, pass einfach auf. Vielleicht können wir auch gemeinsam was tun, dass das nicht mehr passiert, dass wir alle dort nicht mehr in die gleiche Fehler tappen. Und indem Mitarbeiter offen über Fehler sprechen, im ganzen Team, im ganzen Unternehmen, und zwar nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte, helfen sie, aus den Fehlern zu lernen und dadurch besser zu werden und Schaden abzuwenden. Und vierter Vorteil einer gesunden Fehlerkultur, kein Mitarbeiter wird etwas tun, was das Unternehmen gefährdet. Mitarbeiter werden, auch wenn sie neue Dinge ausprobieren, immer wissen, okay, ich darf auch Neues ausprobieren, aber ich muss natürlich schon sorgfältig vorgehen und herausfinden, was könnte denn passieren, wenn es schief geht. Die klären es dann mit sich selber, mit Kollegen, mit Vorgesetzten ab, je nachdem, worum es geht und wie groß auch ein potenzieller Schaden sein kann, machen eine entsprechende Risikoanalyse und dann entscheiden sie, okay, kann man dieses Risiko eingehen, holen sie vielleicht jemanden dazu, um herauszufinden, okay, müssen wir noch irgendwas gemeinsam tun, um eine potenzielle Gefahr abzuwenden oder kann ich das einfach umsetzen. Und vielleicht erkennen sie auch, weil sie selber dann auch für die Fehler gerade stehen, okay, das Risiko ist einfach zu hoch, das gehe ich nicht ein, damit verwerfe ich den Plan. Und damit haben wir auch eine viel größere Verbundenheit zu Entscheidungen und auch zu Dingen, die man ausprobiert, wenn eben Mitarbeiter sagen, okay, ich stehe dazu, ich habe das vorher analysiert, aber ich stehe auch dazu, wenn es schief geht, weil mir dann nichts passiert. Und das ist enorm wichtig. Und das sehen wir auch, die Bedeutung des Ganzen in einer Studie, die Google vor einigen Jahren durchgeführt hat. Den Link zu einem Artikel über diese Studie findest du auch in der Beschreibung. Das ist die Aristotle-Studie. Und dort kam raus, der wichtigste Faktor für den Erfolg eines Teams ist eine psychologische Sicherheit, so heißt es in der Studie, eine psychologische Sicherheit innerhalb des Teams zu haben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sich Mitarbeiter trauen, über Fehler zu sprechen, über Schwächen zu sprechen, darüber zu sprechen, dass sich vielleicht auch bestimmte Dinge nicht zutrauen und das eben kein Fehler ist, sondern etwas ist, was jedem passieren kann und man darüber sprechen kann. Und wenn wir eben diese psychologische Sicherheit haben, dann können wir viel, viel mehr erreichen und wirklich, es sei denn, du hast absolute Harakiri-Idioten bei dir im Team, wird kein Mitarbeiter auch wissentlich irgendein Risiko eingehen, das dann massive Folgeschäden hat. Und jetzt schauen wir nochmal auf dich als Führungskraft und den Umgang mit Fehlern. Vielleicht hast du auch Angst vor Fehlern, denen, die du selber machst oder denen, die dein Team machen könnte. Jetzt überleg mal, welche Ängste du in den letzten Wochen oder Monaten hattest, wo du dir vielleicht Sorgen gemacht hast. Und wahrscheinlich hast du dir sehr viel Sorgen dann um die Auswirkungen der Fehler oder der Probleme, die da größer werden, im Kopf gemacht. Und dann überleg dir mal, wie oft ist das Realität geworden? Die meisten Sorgen und Ängste, die uns im Kopf blockieren, werden niemals Realität. Das heißt nicht, dass wir nicht drüber nachdenken sollten, aber wir müssen das ins richtige Licht setzen. Und das passiert bei einem Unternehmen in einer gesunden Fehlerkultur. Und du als Führungskraft bist gefragt, das vorzuleben, indem du selber Fehler zulässt in einem überschaubaren Rahmen und dann den Umgang mit Fehlern zu Erkenntnissen machst und dafür sorgst, dass alle davon profitieren und aus dem Gelernten eben lernen, den Fehler nicht mehr zu machen. Ich hoffe sehr, dieses Video hat dir gefallen und hat dir einige Anregungen gegeben zum Nachdenken und über die Fehlerkultur. Und wenn dir das gefallen hat, dann abonniere am besten den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und bleib dran, denn eines der beiden Videos, die ich für dich rausgesucht habe, ist das, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, über kaputte Teams. Und denk immer dran, Glück ist ein Talent.